so versuchen wir es noch mal aber nicht so weit das kommt auf die chips drauf hinter ihm vorbei ach dreck wie kommen wir denn jetzt wie sollen wir denn da lang gekommen steht doch dann gerade mitten im weg wie sollen wir das denn jemals schaffen ein paar versuch wenn wir wohl noch brauchen ganz schön ganz schön ganz schön ganz still und heimlich ich muss meinen irgendwie ablenken verdammt wie kommen wir hier vorbei hinten haben wir da machen wir lärm das ist doch scheiße hier hinter ihm lang und auf die knicker dingens zu treten ist keine knicker folie was macht so viel laut stärker jetzt nicht sterben schleichen 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 kein lärm machen durch die tür durch hat uns fast was denn ich war doch schon drüben was denn müssen wir rennen ab der schwelle oder was sieht so aus was denn ich war doch schon ich hatte es fast ach komm schon jetzt wissen wir was wir zu tun haben ich gehe mal ein bisschen abwarten bis er woanders hin läuft versteckt mich mal erstmal hier verdammt verdammt jetzt sind wir tot das ding da zurückrollt die sicherung einfach zurück springt ja alle guten dinge sind 83 1000 so klopf klopf wer ist da ach du scheiße nicht an hallo noah noah ist da der den klopf klopf witz gemacht das hat die nichts weiter geführt ist ok jetzt geht er dort hin jetzt hier mal an ihn vorbei nicht auf die chips treten auf die kohlestücke ach tecke einfach ganz nach mensch freut mich dass du da bist nur was läuft bei dir so ich habe hier schon das erste rätsel ich habe das erste rätsel schon geschafft bin jetzt hier schon dabei die sicherung zurück zu bringen wir haben hier schon herausgefunden dass die sicherung von einem anderen ort abgeholt werden muss ich mich dann hier neben vorbeischlechen muss ich komme jetzt hier quasi von der anderen seite wo wir das letzte mal im stream hin wollten nicht über die steinchen laufen es ist tödlich tödliche kleine steinchen so was ein dislike der kommt nicht von mir sagt noah gerade das habe ich auch nicht gedacht ich weiß nicht wer das war ermöglicht zu erkennen geben möge sich im chat melden und das ist gleich was wir weiß oft fehle hier oder was verständlich Du hast doch kein Skill. Konk hat das schon im ersten Versuch geschafft. Er hat das in 2 Minuten gemacht. Dislike. Das ist viel zu schlecht. Kann ich das gar nicht. Lösch dich. Du bist nicht wie Kronk. Die Abo. Du bist nicht Kronk. Ganz genau das ist es. Das ist doch eigentlich noch englisch der Punkt den alle Hater ansprechen. Du machst jetzt Plays. Du bist nicht Kronk. Du darfst keine Plays machen. Das haben schon so viele vor dir gemacht. Das hatte Kronk. Als erstes dann. Du machst es viel schlechter. Und aus dem. Sollst du Fortnite spielen. Verdammt. Am Arsch. Du musst dir jetzt mal aufpassen. hier. Nicht über die Chips Kohle drüber. Und immer schön. Sneaken. Na. Nicht die Steuerungstaste loslassen. Nicht die Steuerungstaste loslassen. Jetzt könnte ich mal kurz. Während ich laufe nicht. Nein. Jetzt kommt der auch dorthin. Ich muss den erstmal weglocken. damit der Mie hier nichts. Verdammt. Ich war noch schon fast drüben. Ich war noch schon mit einem Versuch. Bei dem einen Versuch war ich schon drüben. Das hatte ich noch. Das hatten wir schon. Da mussten wir noch sprinten am Ende. Na ja. Nur der Dislike hier unter dem Stream. Streamen. Der zählt ja recht wenig. Es ist ja. Kann mir ja egal sein. Es wird ja später eben Parts aufgeteilt. Und. Und hochgeladen. Was dann zählt sind die Lakes unter den Parts. Die ich dann veröffentliche. Was nein. Hier unten. Hier geblieben. Es wüht ja da unten rum. Jetzt können wir hier an ihm vorbei. Na komm. Jetzt hier lang schleichen. Unter dem Tisch durch. Ein bisschen Vorsprung haben wir. Aber er kommt hinterher. Nicht auf die Steine treten. Es macht Lärm. Und dahinten müssen wir dann losrennen. Verdammt. Nicht zu schnell losgerannt. Ich war schon da. Ich hätte rennen müssen. Sprintstaste. Direkt drüber. Ach Kacke. Die Spielsteuerung. Da verletze ich mir hier wieder an den Fingern. Da brich ich mir alle Finger. Schleichen und Sprinten. So hier. Ihn erstmal ablenken. Komm du her. Es hat uns gerochen. Nicht gut. Meine Nase juckt. Meine Nase juckt. Meine Nase juckt. Ich habe gerade die Maust. Ich muss die Maustaste drücken. Und mit der linken Hand. Kannst du mich mal gerade an der Nase kratzen. Noah. Du musst mich gerade mal an der Nase kratzen. Ich kann mich mal an der Nase kratzen. Verdammt. Meine Nase juckt. Verdammt. 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 So, jetzt. Vielleicht schon mal jetzt rennen. Wenn wir hier schon mal die Chance haben. Rennen. Ein kleines Kitt. Rennen. hier durch in sicherheit sicher rein damit ein damit sehr gut und jetzt hier in die klappe haben wir geschafft das kann ich kratzen danke nur fürs kratzen habe ich leider nicht gelesen weil ich schon beschäftigt war hier so jetzt haben wir den hausmeister hier erstmal überwunden der kommt aber bestimmt wieder schicken stück klopapier zurück könnte er gebrauchen so und nun was machen wir jetzt aber nur durch doch nicht doch da kommen durch sehr gut wo sind welche gelandet da klappert die unterlagen ich hoffe es ist kein fehler das wird sie näher machen da brauchen wir das nummer für so sieht es aus da bewegt sich doch die nummer hier geblieben da ist ein num mit meiner zauberkraft gewinne ich den für mich das macht ja mal so scheinbar werden die irgendwie von mir verzaubert neugnautisierter irgendwas in der art nur mehr jahrt verdammt hier sehr gut jetzt noch hier hoch den dritten holen zu dritt können wir dann ganz easy peasy die Sache aktivieren ok ähm können die Nome vielleicht mal mich rüberschieben machen sie natürlich nicht vielleicht kann ich den da hochwerfen könnte ich hier mal schieben tja ähm stelle ich das halt in die Mitte schieben so jetzt schieben sie es doch oder was so so Untertitelung des ZDF, 2020